Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft und wie ihr seht, werden wir hier gleich angegriffen. So, das müsste mittlerweile Folge 43 glaube ich sogar sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich bin immer noch ein bisschen dabei hier alles genau zu beobachten, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil es so ausschaut, wie ich mir das wünsche. Bis jetzt allerdings passt es noch. Mit dem Ton bin ich persönlich noch nicht so zufrieden, aber ich habe generell die Angewohnheit, dass ich mich selbst nicht gern höre. Sprich, ich finde einfach, dass ich keine angenehme Stimme habe. Hört zwar immer wieder das Gegenteil, aber das will nicht rein in meinen Kopf. Das will einfach nicht rein. Na, gehst du jetzt? Passt. Gut, wir wollten hier mit Rordan sprechen in der letzten Folge noch. Mein Sohn, sie haben ihn mitgenommen. Meine Frau und ich haben uns aufgeteilt, um nach ihm zu suchen. Bitte geht und findet Musi. Ich werde schon klarkommen. Wenn ihr Musi findet, bringt ihn bitte auf Fluss aufwärts zu meiner Frau. Oh nein. Kinder in Not. Kinder in Not, Leute. Da müssen wir was tun dagegen. Sofort Musi. Ich weiß ja, wo Musi ist. Der ist da vorne. Wird auch angezeigt. Ja. Ich konnte mich nur mehr nicht mehr an den Namen von Musi erinnern, ehrlich gesagt. Den retten wir natürlich auch. Dann haben wir auch bald die Bonus-Quest jetzt erledigt hier. Und so fügt sich. So ergibt alles einen Schuh. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, meine Lieben. Und seid alle gesund und munter. Das ist mir persönlich ja immer ganz wichtig. Ich bin ja so ein Mensch. Ja, so ein Typ Mensch. Mir sind immer andere wichtiger als ich selbst. Was mir auch leider oft zum Verhängnis wird. Indem, dass ich einfach mehr Energie in andere Leute reinstecke, als wie mich selbst. Aber das ist halt so mein persönlicher Fehler, ne? So Musi. Musi. Ja, was setzt ihr denn auch in den Korb? Da ist ja klar, dass er Fluss abwärts treibt. Musi quietscht vor Freude über eure Anwälte. Musi treibt den Fluss hinab und muss wieder zu seiner Mutter gebracht werden. Das wollen wir natürlich gerne übernehmen. Komm, äh. Also, warte mal. Hier kann man ja fliegen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir eigentlich fliegen können jetzt hier in Leedschen. Ewig lang habe ich hier herumgejammert, dass ich nicht fliegen kann. Dann habt ihr mir gesagt, Marito, steig einfach auf und flieg los. Und trotzdem. Dann vergesse ich immer wieder drauf, ne? Sella, Sella, suchst du deinen Sohn? Musi, ich danke den Geistern, dass es dir gut geht. Oh, ich danke euch, dass ihr ihn zurückgebracht habt. Habt Dank. Gerne. So, was haben wir hier? Eine liegengelassene Angelroute. Ah, und dann kommt da ein Ramob raus. Sehr cool. Flammenschuppe. Um den kümmern wir uns natürlich gleich, ne? So, ich wollte jetzt eigentlich, äh, wenn wir hier mit dem, äh, Hexenmeister relativ bald durch sind, ein neues Let's-Play-Anfang, WoW-Let's-Play mit einem neuen Jar, äh, wo ich euch wieder abstimmen lassen wollte. Da sich jedoch Shadowlands so zieht, äh, glaube ich, wird das erstmal nichts. Wo ich am überlegen bin, wir haben jetzt neu bei uns in der Gilde, auch aus der Community, die Liz, äh, dazu gewonnen, dass sie WoW spielt. Ob ich mit ihr gemeinsam vielleicht hier was aufnehme, so wieder im Stil von WoW für Anfänger oder WoW mit Anfängern, denn die Liz ist absoluter Anfänger, was WoW angeht. Und, ja, da bin ich halt momentan gerade so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob denn das zeitlich machbar ist, zum einen, und zum anderen wirklich, ob das auch, äh, ob da Interesse besteht. Da würde ich auch wieder euch bitten, mir gerne in den Kommentaren mal kurz ein Feedback zu geben. Sollen Liz und ich das quasi gemeinsam starten, ja oder nein, ähm, ja, geht mal, geht mal laut. Habt Dank, ihr habt genug Fische gerettet, um eine neue Generation zu sichern. Uh, Marito, der Fischretter. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich werde etwas von diesem Käferspray behalten. Es könnte in den bevorstehenden Kämpfen vielleicht noch einmal nützlich sein. Ja, da sind wir eigentlich schon besser ausgerüstet, als immer das, was mir Gold bringt. Oh. Oh, somit ist doch das besser, ne? Hin und wieder sollte ich doch ein bisschen in mein Inventar schauen. So, dann haben wir hier die Nummero Uno. Äh, treibst halt so extrem ab hier. So eine starke Strömung. Das würde ich mir beim Kajakfahren mal wünschen, äh, wirklich so eine immens starke Strömung zu bekommen. Jetzt holen wir erstmal hier die Gefangenen raus. Schön beide Möpse schön zudotten. Dot Damage over Time. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Werde immer wieder gefragt, was das bedeutet, wenn ich das sag. Und das nach 17 Jahren noch. Daher hin und wieder gerne auch mal eine Erklärung von mir, ne? Genau, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon besprochen haben, dass ich keine WoW-Guides, äh, machen möchte. Da gibt es schon relativ viele. Das sehe ich persönlich jetzt nicht, äh, äh... Sehe ich mich persönlich nicht, sagen wir mal so. Denn, klar, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man muss es noch besser machen, hat mal ein ganz, ganz weiser Mensch zu mir gesagt. Sie sind relativ unversehrt zurückgekommen. Ich danke euch, Baroschem. Gerne. Und sind wir auch schon Level 39, sehe ich. Wie gut. Die Trogba haben meine Höhle überran. Dort praktizieren wir, Flussmenen, unsere Wassermagie und schöpfen das reinste Heilwasser des Hochbergs. Trefft mich dort und lasst uns diesen heiligen Ort gemeinsam von diesen Bewohnern des Dunkels befreien. Gerne. Ähm... Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, genau. Guides. Ich bin jetzt, äh... Ich kann schon Guides herstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt halt schon so viele, die was WoW-Guides machen. Seid ihr bereit? Wir werden gleich eine Höhle betreten. Und die Trogba sind an solch dunklen Orten zu Hause. Und da sehe ich mich halt momentan mehr im Bereich, äh, des Let's Plays, äh, der Let's Play-Produktion. Und Let's Plays zu machen. Aktuell gibt es, zumindest finde ich, nicht viele, die was aktuelle Let's Plays machen. Und somit, äh, ist das für mich irgendwie sinnvoller. Als den zehnten Guide über das eine Mount zu machen, das es schon gibt, ne? Die Trogba platzieren ihre scheußlichen Kristalle in unserer Höhle, um die ihr innewohnende Magie zu absorbieren. Wenn sie mit Macht gesättigt sind, sammeln sie sie ein. Wir müssen die Kristalle an uns bringen, sodass die Magie sich wieder verflüchtigen und in das Wasser zurücksickern kann. Sonst werden die Trogba Wege finden, die Magie für ihren eigenen Zwecke zu manipulieren. Was? Noch was? Die Trogba und ihre brutalen Felsbeißer haben die Höhle überran. Sie verderben ihre natürliche Magie und zerstören die Elementare, die seit Ewigkeiten hier wohnen. Lasst uns zusammenarbeiten, um sie aus dieser heiligen Höhle zu vertreiben. Gerne. Was ich schon machen werde, ist, ich werde alle alten Raids solo clearen und werde auch Videos drüber machen. Das soll aber in dem Sinn jetzt kein Guide werden, wie ich einen alten Raids solo cleare oder solo durchkomme. Nein, ich mache das hauptsächlich deswegen, weil ich Transmog-Farm will. Ganz besonders hier natürlich Thunderfury. Das wisst ihr, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das bin ich seit 17 Jahren geil. Habe seit 17 Jahren nicht bekommen. Und es ist einfach an der Zeit, das mal jetzt einzusammeln. Ja, Zeit ist reif. The time is now, the time is come. I don't know what I want to say. So. Hier müssen wir zerstören, oder? Ja, oder sammeln. Da ist einerlei, ist grundsätzlich dasselbe. Und da habe ich mir überlegt, da hat mich Elenaris irgendwie draufgebracht. Elenaris kenne ich durch mein Let's Build Stormwind Let's Play, durch mein Minecraft Let's Play. Entschuldigung. Ist der jetzt schon über ein Jahr mit dabei. Und jetzt eben auch bei uns in der Community-Gilde hier am Server Arthas. Sehr aktiv. Und der hat gesagt, ja, Mittwoch, Mittwoch macht er immer Transmog, ist sein Transmog-Farming-Tag. Da geht er, tut er nichts anderes. Da geht er mit seinem High-Level durch die ganzen alten Dungeons und Raids und sammelt sich da das Transmog zusammen. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten das ja irgendwie so machen. Das werde ich jetzt natürlich nicht mit den Elenaris machen, beziehungsweise hatten wir darüber nicht gesprochen. Darum sage ich das jetzt auch, spreche ich jetzt nur für mich alleine. Dass wir einfach Mittwoch immer so ein Transmog-Video mal bringen, wo ich quasi durch einen alten Raid laufe. Den Clear schaue, was da rausgeht. Somit habt ihr meinen, ihr auch mal ein bisschen anderen Content hier abseits des Let's Plays. Abseits von unseren Streams. Apropos, ich muss den Stream noch hochladen auf YouTube. Genau, auch ein Thema. Wenn ich WoW streame auf Twitch, habe ich mir zum Ziel gesetzt, das VOD dann dort runterzuladen und hier hochzuladen. Gebt mir da bitte immer ein bisschen Zeit. Es ist so, dass so ein 8-Stunden-Stream, wie wir ihn letztens gemacht haben, letzte Woche, der ist extrem groß. Ja, der ist extrem groß. Das heißt, ich brauche für ein 8-Stunden-Video zum Hochladen auf YouTube, brauche ich einen ganzen Tag. Das ist ein ganzer Tag, wo meine Leitung quasi voll belegt ist, wo ich dann nur offline arbeiten kann, mehr oder weniger nicht. Ich kann schon was anderes machen, es ist halt nur alles saulangsam. Beziehungsweise beeinflusst halt meine andere Tätigkeit auch den Upload. Und das möchte ich, ja, da bin ich immer ein bisschen am Schauen, wie ich das eben manage vom Zeitlichen her. Oder, dass ich dann zum Beispiel an solchen Tagen 7 Days to Die aufnehme, wo ich jetzt keine Internetleitung brauche. Das führe eigentlich, oder nur geringfügig wahrscheinlich. Aber kommt auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt hat die Drogba im Besitz des Hammers von Kaskorovs Sinn, entwickeln sich stärkere Formen der Magie. Nun, da die Magie in die Höhle zurückfließt, wird das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt und die Drogba werden hier nicht lange verhaar. Ein Steinsauberer der Drogba namens Gelmok hat unsere heilige Wasserhöhle mit dem Ziel betreten, ihre Kraft in sich aufzunehmen. Wir müssen ihn vernichten, bevor er zu mächtig wird. Er befindet sich im oberen Abschnitt der Höhle. Die Streams werde ich auch jetzt nicht irgendwie nachträglich noch schneiden oder so. Sprich, die werde ich eins zu eins hochladen. Was auch bedeutet, dass dann halt auch mal eine Pause drinnen ist oder dass ihr Alerts seht, wenn jemand was gecheert hat oder gesuppt hat oder ein Follow da gelassen hat. Ihr habt dann meine Konversation mit dem Chat mit drin, mehr oder weniger. Den Chat selbst habe ich nicht eingeblendet in den VODs. Aber ja, ist halt für euch, damit ihr das Gameplay nachschauen könnt, sicher interessant. Und da könnt ihr mir sonst auch gerne mal in die Kommentare dann dazuschreiben, hey Marito, ja, ist nice to have, brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich werde es dann vielleicht trotzdem tun, keine Ahnung. Wenn ich mir Zeit spare, spare ich mir Zeit. Bin ich konstantlich auch nicht so davon abgeneigt. Denn Zeit ist, wie ihr wisst, das Kostbarste, das es gibt, das ein Mensch geben kann, ist einfach Zeit. So, kommen wir jetzt hier endlich mal weg. Unsere Mülltüte schläft schon wieder, ne? Zeit ist das Kostbarste, das man geben kann. Und von dem her... Ah, das ist nicht der, den wir brauchen. Möchte ich auch mit meiner Zeit gut haushalten. Ich investiere relativ viel Zeit momentan hier in YouTube, beziehungsweise in Twitch. Mehr, als ich mir eigentlich erlauben dürfte, sollte. Denn ich muss mich schon immer wieder zusammennehmen... Okay, hier geht es nicht weiter. Ich muss mich schon immer wieder ein bisschen zusammennehmen, jetzt hier meine Arbeit nicht zu sehr zu vernachlässigen. Um mich natürlich auch über Wasser zu halten, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich hier was verdiene. Ich verdiene vielleicht alle zwei, drei Monate mal so 100 Dollar auf Twitch. Das ist aufgrund von euren Abos dort, beziehungsweise euren Cheers. Aber das ist halt jetzt nicht gerade das, von dem eine Familie ist, wie es bei mir ist, ich mit zwei Kindern überleben können, ne? Aber wie gesagt, es ist mein Traum. Ich arbeite sehr stark hier an meinem Traum. Und ich hoffe, in zwei, drei Jahren auch wirklich hier von YouTube und Twitch leben zu können. Jetzt muss ich mich ein bisschen heilen. Ja, Zankrat ist schon wieder down. Hier kommen halt gleich auch immer so viele auf einmal, ne? So. Jetzt bitte ein bisschen weniger. Ah, das wäre schon geil. Das wäre ein cooler... ist ein cooler Traum. Und die... äh... definitiv... Ups, definitiv ein Traum, den ich auch... weiter verfolgen werde. Denn irgendwo... Ja, es läuft. Es geht immer weiter nach oben. Die Zahlen steigen immer mehr. Und von dem her... Let's go. Ah, kommt ihr jetzt hier mithelfen? Das finde ich aber fein von euch. Okay, wir sind alle versteinert. Hast du hier alle versteinert? Endes. Dargul, der Unterkönig. So, ähm... Du blödes Vieh, geh da jetzt mal weg. Ach, komm. So. Ich habe noch nie gesehen, wie sich ein Drogba so verwandelt. Der Hammer von Kaskorov ist wirklich mächtig. Ja, ist er. Die Flusswindung ist... Die Flusswindung. Ist es das, wovon der Unterkönig sprach? Das ist meine Heimat und der Ort, wo wir unsere Wintervorräte lagern. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin und sie waren. Trefft mich dort. Oh, was hast du noch für uns? Eh. Eh, bleib da, bleib da. Tussi. Muku. Muku. Uh. Nein. Nein. So, jetzt müssen wir uns hier wieder rauskämpfen, oder was? Na, super. Na, super. Na, super. Das läuft doch. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder da so Riesenhorn an. Warte mal, wo sind denn wir hergekommen? Sind wir von hier gekommen? Nee. Sind doch von da drüben gekommen, oder? Oder? Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Und jeb, von da. Im Zweifelsfall, geh dorthin, wo relativ wenig ist. Ich laufe da jetzt einfach mal durch, ne? Hab keinen Bock, hier jetzt alle nochmal zu killen. So IP-geil bin ich auch nicht. Ich meine, bin ich schon, aber. Nicht so. Nicht so. So, da drüben müssen wir hin. Aber, Leute. Es ist wieder an der Zeit. Es ist wieder an der Zeit. Tschüss zu sagen. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich schon, wenn ihr morgen auch wieder hier mit dabei seid. Also, ciao, Baba, euer Marito. Bis zum nächsten Mal.